Menschen hungern, Menschen frieren, Menschen sterben. Wir sind in einer Klimakatastrophe und alles, wovor ihr Angst habt, sind Tomatensuppe oder Kartoffelbrei an einem Gemälde. Braucht es Kartoffelbrei auf einem Gemälde, damit ihr zuhört. Dieses Gemälde wird nichts mehr wert sein, wenn wir uns um Essen streiten müssen. Wann ist der Punkt erreicht, an dem ihr hinhört?